Fünf Tipps, wie du beim Einkaufen sparen kannst. Schau dir Prospekte an und check die Angebote aus. Geh nicht hungrig einkaufen. Vergleiche nicht nur den Preis an sich, sondern auch im Verhältnis zur Menge. Am Kilopreis siehst du, welches Produkt wirklich günstiger ist. Mach dir einen Plan, was du in der Woche essen willst und kaufe dafür ein. Noch sparsamer wird's, wenn du einfache Gerichte kochst, die aus wenigen Zutaten bestehen. Kauf saisonales Obst und Gemüse. Außerhalb ihrer Saison sind Lebensmittel oft teurer.